ich könnte ihn hier einsperren wenn er hier eingesperrt ist, du kannst so runter gehen und seine ganzen Kugeln kaputt machen so, danke so, danke Ich muss sagen, der neue Rekord ist verdammt oft hungrig. Der will gar nicht trainieren, die ist... Zack, geht trainieren. Achso, sind mal wieder Trainingsfiguren verbuggt. Gut, bauen wir das neu auf. Und ja, ich weiß, es ist laut. Jo. Ich merke auch gerade, wir haben ein anderes Problem. Die Blaubeeren fressen mir die Steine weg. So. Ah ja, 96 ist die Maximalzahl an Forschungspunkten, die wir haben können. Auch gut zu wissen. So, wir werden noch warten, bis er 15 erreicht hat. Und einfach mal Holz verkaufen. Ich habe schon 4 Level 30er Zwerge. Ach, wisst ihr was? 2-1-Risiko. 2-1-Risiko. Ihr, ihr seid nur primitive Zwerge. Wie konntet ihr mich besiegen? Weil wir etwas haben, Mario, das du niemals haben wirst. Was? Was haben wir denn, das du niemals haben wirst? Bärte. Wir haben echte Bärte. Klar, im Bad liegt die Macht. Nass uns aber, ihr müsst immer noch die Dämonenkugel vernichten. Jo, kriegen wir alles hin. Ups, gerade verkehrt rum hingebaut. So. Oh ja. Dem bitte weg. Du hast doch sicher Lust. Da unten das Ding eins zu reißen. So, Dämonenkugel. Das muss es sein, das muss... Wer ist, wer ist da? Kleiner Zwergling, eure Reise endet hier. Äh, bist du Magikus? Hör mich, kleine Maggots. Ich wollte euch mit der guten Handvollschaft, ich wollte euch um der guten Handvollschaft Willen hier eine Chance geben, aber nein, ihr musstet mir unbedingt einen Kronleuchter auf den Kopf fallen lassen. Jetzt werde ich alle Macht, alle Energie in mich aufnehmen, die diese Kugel sammelt. Und dann, meine Zwerge, werdet ihr eure eigenen Gräber schaufeln müssen. Habt ihr das kapiert? Von wegen eigener Gräber schaufeln, weil ihr Zwerge seid und ich euch tötschen werde. Mein Sohn, hört zu, ihr müsst die Plattform irgendwie in der Lava versenken. Könnt euch nicht einfach, ihr wisst, schon hineinrennen und schnell ist die Kugel in die Lava werfen. Nein, das wäre nicht episch genug. Und wenn wir Zwerge etwas sind, dann episch. Zwerge, macht euch für eure letzte Schlacht bereit. Möge der beste Magikus gewinnen. Okay. Du, weg hier. Und bitte... Sorg dafür, dass der Magikus nicht in meine... Obsidianboden für Gediegenes aussehen. Das könnte tricky werden. Auch so auf die letzten 5 Minuten. Wenn wir verhindern, jetzt zugehen,... ... Deswegen, ich warte, dass sie sich hochheilen, alle. Ein letzter Anläufig zerstört die Dämonenkugel. Finde die Dämonenkugel. Magikus ist geschlagen und ich kann es einfach nicht glauben. Magikus ist noch am Leben. Er bezieht seine Energie direkt aus der Dämonenkugel und das scheint ihn irgendwie verhindert zu haben. Wir müssen einen Weg zur Zerstörung der Dämonenkugel finden, sonst werden wir Magikus niemals aufhalten können. Aber wie sollen wir das anstellen? Ich frage mich, ob diese massiven Ketten vielleicht etwas mit der Lösung unseres Problems zu tun haben. So, da alle hier heilt sind. Und ich nichts besseres tun kann, als Level 31. Okay. Okay. Ich hätte sie zurückziehen sollen nach jeder Kette. Okay, der kann sie durch meinen Teleporter töten. Aber es ist nur reine Kette übrig. Komm, das schaffen wir jetzt noch irgendwie. Wir können wir ihn besiegen, um zerstörbar zu sein. Seine Eigenschaften sind Edel-Denis-Eis-Drachen, weswegen er wirklich schwer zu töten sein wird. Seht euch um, vielleicht gibt es etwas, das wir ihm auf den Kopf fallen lassen können. Naja, er kann immer nur einen Zwerg gleichzeitig angreifen. Wir können ihn besiegen. Ja, das wiederholen sie jetzt ständig. So, ich trainiere die einfach alle auf 10. Die werden ja zu 5 die Kette schon eingerissen kriegen. Ich glaube nämlich hier, dass die alle selbst Mord begehen. Die letzte Kette noch. Ja, ich weiß. So, die beiden stehen noch. Ja, das hatten wir doch alles schon mal so. Nein, was habt ihr getan, die dummen Zwerge? Ihr könnt die Dämonen und Kugel nicht zurücklassen. All meine Arbeit. Odin, ich weiß, dass du zuhörst, du alter Dax. Hilf mir, vergib mir. Nein, ich weigere mich. Ich weigere. Not me! Not me! Gerade so geschafft, hä? Ja, Terminettanspielung noch am Schluss. Und von wegen Lava, das ist grüne Gülle. Beim Bart und allen Göttern, wir haben es geschafft. Aha, das habt ihr tatsächlich. Keine Sekunde lang habe ich an euch gezweifelt. Ihr habt jedenfalls hier in Wannerheim besiegt und uns gerecht. So, kommt nach Hause. Jetzt können wir uns gemeinsam mit dem Wiederaufbau unseres Königreichs beginnen. Level abgeschlossen. Ihr habt eure Zwerge erfolgreich zur Sieg-und-rum geführt. Zurück zur Welt. Einfluss, Einfluss, Einfluss. Okay. Und der Abspann. Und der Abspann. Geh deinen Kopf aus dem Kack! Was ist passiert? Kaufe meine fröhliche Barsche! Sehr guten Erfolg. Wirklich sehr gut. Sicherlich wird ihm hier jeder zustimmen. Dann erkennt ihr mich endlich an, Vater. Bin ich ein guter Prinz? Euch anerkennen. Oh, Sohn, ich habe stets an euch geglaubt. Ihr brauchtet nur einen kleinen Schubs, das war auch schon alles. Es gibt immer noch etwas zu erledigen, aber fürs Erste könnt ihr euch erholen. Ich werde wohl noch ein bisschen länger auf diesem Thron ausharren müssen. Nun aber, es dringend. Wir werden das größte Festgelegen geben, dass er hier ein Zwerg seit dem großen Königreich gesehen hat. Und der Prinz bezahlt. Ich bin der Prinz und ich bin der Prinz. So. Oh, noch ein Einflusspunkt. Und ja, wir kriegen leider die restlichen Punkte aus dem Gebiet nicht mehr. Was doof ist. Aber ja gut, wir haben die ganze Welt zurückerobert für die Zwerge. Ganz Wannerheim. Und jetzt ist das Projekt auch beendet. Ja, schönerweise. Ja, schönerweise. Auch wenn ich leider eben nicht hier aus dem verseuchten Berg nicht den Einfluss rauskriegen konnte, den ich noch gebraucht hätte. Warum auch immer. Das ist wohl ein Bug, der irgendwann mal bei einem Patch sich eingeschlichen hat. Weil das erste Mal, als ich gespielt habe, hatte ich das Problem nicht. Das weiß ich noch. Na gut. Aber wie dem auch sei. Ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Auch wenn es teilweise recht verbuggt war. Wie gesagt, die Entwickler haben nicht mehr weitergemacht, weil das Spiel kein so großer Erfolg war leider. War halt ein schönes Nischenspiel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei den fast 200 Folgen, die es jetzt geworden sind. Na gut. Ich verabschiede mich jetzt hier und hoffentlich sind wir uns bei meinen anderen Projekten. Also. Tschüss.